Aha. Nein, ich mach jetzt keine Nebenquests. Obwohl, wenn die... Also, wenn die so nah ist... Also... Da wär's ja eigentlich unfair, die nicht zu machen. Ach, unter uns, natürlich. Oh. Telefon! Was denn? Könntet ihr Jungs mir etwas zur Hand gehen? Ah, es geht wieder los. Ihr müsst einen Ort für mich überprüfen. Vermutlich hat er mit der ganzen Sache gar nichts zu tun, aber... Wir haben gerade keine Zeit für sowas. Verstehe. Okay. Wo sollen wir hin? Helft ihr mir? Der Kleine hier würde eh nie Ruhe geben. Schieß los. Da hat er vollkommen recht. Wo sollen wir für dich hin? Danke. Gute Sache. Redet sie jetzt mit uns oder nicht? It's me, ma... Bam, stelke. Viel Erfolg, Dominik. Bis gleich. Hier ist auch ein Tanuki. Oder war das der? Wow. Irgendwas mit Geld habe ich kaputt gemacht. Leroshi? Sag mal her, Bert. Hallo? Jetzt, also... Das ist Mobbing. Du bist der Schüler, nicht ich. Das war unhöflich. Schön. Was? Schön? Das ist aber weit weg. Unten bleiben. Wo ist mein Tanuki? Da, ich sehe es wedeln. Das Schwänzchen wedelt. Beim Level mit Pika... Was? Vega, Vega. It's me, Mario. Jedes Mal wieder denke ich, der Böhmermann ist das. Wenn ich einfach nur... Also, ich weiß, der sieht nicht aus wie der Böhmermann, okay? Aber jedes Mal, wenn ich... Also, so ganz schnell einfach vorbeilaufe, denke ich mir, hä? Ist da der Böhmermann oder so? Achso, nee, kann ja gar nicht sein. Das hat er in Japan verloren. Hallo? Dieser Geruch bei den leuchtenden Kästen kommt mir bekannt vor. Ist ein Tanuki. Gern geschehen. Das geht hier besser, ne? Das ist eine Nase und kein Schwänzchen. Schön ist es, auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem... War es das? Stachelschwein? Oder Warzenschwein? Stachelschwein, ne? Hallo. Ist mir eine Freude. Ich wurde von meinen Freunden getrennt, wollte hier warten, bis einer vorbeikommt. War wohl keine kluge Idee, mich in einen Daruma zu verwandeln. Zu offensichtlich? Hä? Sagt der Igel? Die Biene! Eine rundliche, rote, traditionelle japanische Puppe, die dem buddhistischen Mönch Daishi Daruma nachempfunden wurde. Sie gilt als Glücksbringer. Neue Daruma haben leere Augen. Eines der Augen wird ausgemalt, wenn sich eine Person ein Ziel setzt, das sie verfolgen will. Das andere, wenn dieses Ziel erreicht wird. Also, also, ähm... Wenn ich jetzt so ein Daruma zu Ghostwire habe, werden wir auf ewig einäugig bleiben. Ein Daruma, nicht Daruma. Ähm... Rot ist bei Weitem die beliebteste Farbe für Daruma, doch sie werden auch in Gold, Schwarz und Weiß verkauft. Ich meine, es gibt Schlimmeres, als einäugig zu sein. Deswegen... Nicht wahr? Ach. Ich will die Strohpuppe haben. Ich will die Strohpuppe haben. Wir gehen jetzt die rechte Seite durch. Tatsächlich bin ich... Sag ich doch! Also, an mir zu zweifeln, wenn es um Songtext geht, das ist echt... Also, schwierig. Okay, schwierig. Hey, was bist du denn? Oh! Ah, ein Baum-Tanuki! Okay. Ist das ein besonderer Ding? Ich kann ihn nicht angucken... Also, ihn ansprechen, meine ich. Viele Japaner vergleichen listige alte Menschen gern mit alten Tanuki. Aber ich finde, das wirft ein schlechtes Licht auf Tanuki. Wie zum Beispiel unser Boss kann ein harter Hund sein, aber er hat ein gutes Herz. Schlimmer. Du willst eine Gehaltserhöhung, hä? Wir sind wie Schlager, Lunas Kompetenz in Frage zu stellen. Richtig! Willkommen zurück, Dominik. Lass dir schmecken. Oh! Oh! Wir spielen jetzt übrigens Blair Witch Tokyo. Oh, was ist das? Strohpuppe. Eine menschlich aussehende Strohpuppe, mit der man andere mit rituellen Flüchen belegen kann. Die war, glaube ich, von der Quest, die haben wir aber nicht mitgenommen, ne? Eine menschlich aussehende Strohpuppe. Manche Leute glauben, man könne eine andere Person damit verfluchen. Bei Ritualen wie Ushinoko Kumairi wird die Puppe weiß eingekleidet und mit einem Nagel durchschlagen. Wird das Ritual jedoch von einem Zeugen beobachtet, hat es keine Wirkung. 1870 wurden neue Gesetze erlassen, die die Verwendung von Puppen für Flüche strafbar machten. Auch wenn sie heutzutage nicht mehr als Verbrechen angesehen werden, finden noch immer vereinzelt Rituale mit Strohpuppen statt. Einen solchen Fall gab es im Jahr 2017. Wenn man die Puppe genauer ansieht, bemerkt man die relativ neuen Gebrauchsspuren. Vielleicht wurde sie vor nicht allzu langer Zeit in einem Ritual verwendet. Wenn du das sagst. Ich war es aber nicht. Und da ist ein Stroh. Stimmt, wir hatten Masken und jetzt haben wir Stroh. Oh, Sir. Können Sie mir eine Cola mitnehmen? Was guckst du jetzt? Alter, ich schubst den rum. Aua. Okay, Boxfight. Gewonnen. K.O. Hauptquest, los durch die Nacht. Hey, hey, stopp locker. Stopp, meine Hauptquest. Meine Hauptquest ist... Wie kann ich... Da, reinige die erschienenen Tore. Da oben. Da, siehst du? Ich muss die Tore-Tore reinigen. Das ist meine Hauptquest. Also, 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 ich habe jetzt schon ganz oft die Hauptquest heute gemacht. Wollte ich nur mal erwähnt haben, ja? Also, das lasse ich mir nicht nachsagen. Auch nicht schon wieder der Kindergarten hier. Was, ich? Hat der mich gerade Drecksack genannt? Hallo? Oh, Lörker, Toreen zu reinigen, das ist zu spät. Und weiter. Also... Den reinigen, das lohnt sich nicht mehr. Was war das? Nix. Aua. Verstehe ich's? Essen. Darf ich nicht mitnehmen. Schade. Kann nie genug Essen haben. Irgendwas sinkt hier. Ich weiß nicht was. Der kichert was. Hä? Echt? Oh, ich habe das nicht gehört. Vielleicht sind wir verflucht. Reichtumskette? Ich finde die klick gut. Können wir die in echt haben? Wie der Neste. Vor allem da steht netter alter Mann. Ich vertraue nie. Wirklich, da steht netter alter Mann. Das ist doch voll der letzte Drecksack, oder nicht? In dieser Nachbarschaft gibt es zwei Brunnen. Dort wimmelt es nur so vor Monstern. Ich kann da nicht hin. Es war so gutes, reines Wasser. Können wir nicht etwas tun? Könnten die Brunnen verderbt sein? Einer? Gut möglich, aber gleich zwei? Vielleicht fließt dieselbe Wasserader durch beide. Das heißt, reinigen wir den einen Brunnen, verdirbt in der Zwischenzeit wieder der andere. Wir müssen beide reinigen. Und zwar schnell. Das ist ein Wettrennen gegen die Zeit. Ich gehe erst mal spenden. Ich möchte mehr Tanuki finden. Danke. So, wo muss ich denn hin? Ist das der Brunnen und die Brunnen, richtig? Ja, das machen wir schnell. Das sollte reichen. Ja, richtig, reicht. Ein rotes Schulkind. Nee, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Du siehst mich. Nicht sehen. Nee, nee, du darfst mich nicht. Aua. So ein rufst du? Das ist Cheaten. Hör mal auf damit. Hör mal auf damit. Wir können doch über alles reden. Also ich gebe dir nur Wasser, weil ich denke, dass du durstet bist, okay? Die Datenbank haben wir jetzt neues Dings, ne? Wat? Kamaitachi? Yokai, der ein japanischer Name sich als Sichelwiesel übersetzen lässt. Und sie sehen auch tatsächlich aus wie Wiesel, die Sicheln an ihren Armen haben. Kamaitachi. Ach, stimmt, das letzte, was wir verfolgt haben, ne? Wurden häufig in kalten Regionen gesichtet, deshalb repräsentiert der Name auch die Jahreszeit Winter, wenn er in Heiku verwendet wird. Der Legende nach reiten Kamaitachi auf Windböen heran und schlagen mit ihren Sicheln nach Menschen. Auch wenn die Opfer anfangs keinen Schmerz verspüren und kein Blut aus ihren Wunden fließt, erliegen sie schlussendlich den später einsetzenden Blutungen. Weil viele dieser Verletzungen an der unteren Körperhälfte auftreten, wird angenommen, dass Kamaitachi dicht über dem Boden fliegen. Eine andere Legende besagt, dass stets drei Kamaitachi zusammenarbeiten. Eines stößt Menschen zu Boden, das zweite schlägt mit der Sichel zu und das dritte versorgt die Wunde, was erklärt, warum zunächst keine Verletzungen sichtbar sind. Ah, lässt ja auch schmecken, war bestimmt nicht, ne? Du willst Reiniger in den Brunnen kippen? Aber pass auf, dass das nicht schlimmer macht, ne? Wie viele Geister hier sind? Und irgendwas war hier. Irgendwas? Genau da. Verschwörerischer Flyer. Ufo-Anrufung. Rufe mit uns die Ufos der Venus an. Kostenlose Eintritt treffen um 17 Uhr auf der Kagerie- äh, Kagerie- Kagerie- Aussichtsplattform. Kostenlose Bastelanleitung für Telepathie-Hüte. Alufolie muss mitgebracht werden. Die Anrufung beginnt um 20 Uhr. Die genaue Zeit kann je nach Position der Sternbilder variieren. In letzter Zeit häufen sich Berichte über verdächtige Lichter im Nachthimmel. Das ist deine Chance, ein Ufo zu sehen. Chat, wir sind dabei, oder? Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Hä, wie, wie? Ich hab voll. Ne, ne, ich hab nicht voll. Äh, ich brauch ne ganz, ganz dringend ne Telefonzelle. Ähm, und da müssen wir weiter aufräumen. Wie voll. Hat jemand vielleicht ne gute, ähm, Wissenschaft fürs Aluhut basteln? So, wir haben doch so ein paar Bastler unter uns. Da, also, ne? Könnt ihr vielleicht so einen Bastelkurs davor machen? So, und? Weil wir wollen ja die Coolen sein. Und nicht erst dann vor Ort lernen, wie das geht. Wir müssen die ja schon beeindrucken. Kagiri. Also, als ob der Kaka da irgendwie Ahnung hätte, ne? So, ähm. Kommt dann das E her? Ist ja nicht deutsch mit dem IE. Ich glaub, der Kaka, der redet falsch. Ich glaub, der kann gar keinen Japanischen Gegensatz zu mir. Sorry. Ähm, was macht hier so komische Geräusche? Sind hier Monster? Wenn ja, dann bin ich kein Freund. Oh, da hinten. Ich muss doch die Brunnen reinigen, Menschen. Mensch, Leute, ne? Wo denn? Klar, auf der anderen Seite. Ich kann nicht... Ach, ich hab keine Pfeile mehr. Aua, hör auf. Hört auf jetzt. Hallo, ich... Ich wollte grad cheaten. Was wärst ihr hier denn alle? Aua, jetzt hör auf, damit zu werfen. Hat deine Mutter dich nicht erzogen? Sag mal, jetzt. Alles okay? Es reicht jetzt. Pennere. Waffelstum durch, das bist doch gar nicht du. Also deine, deine Geräusche werden lieblich. Als ob irgendjemand im Chat solche Geräusche machen könnte. Mann! Ey, das ist ja fies. Weil ich darf ja nicht auf den Boden. Es wird harte Arbeit, jeden Einzelnen zu retten. Diese random Sprüche, die einfach so... Ach ja, das fällt ja jetzt auf. So nach drei Jahren gefühlt. Wo geil ist das Mädchen? Egal. Hallo, Freundchen. Oh. Hallo, Müffmarsch. Ja, du hast ja auch nicht mit einem Schild nach mir geworfen. Deswegen, also... Ne? Gute Kombis, Kleiner. Danke. Aber, weißt du... Und dann finde ich das halt auch nicht... Also, ich finde das angebracht, ihm zu sagen, dass er halt echt nicht gut erzogen wurde und dass er ein Pennerer ist. Ja. Weil das fand ich nämlich nicht lieb von ihm. Mit Schildern werfen, tut nämlich weh. Ja. Also, wir gehen gleich den Brunnen reinigen, nicht wahr? Oh, da steht eine Frau. Oh. Äh. Ich bin dazwischen. Ernsthaft? Mach das nicht. Da hinten steht eine Frau. Eine echte. Ich will ihn mit den Fackeln und Missgabeln. Danke. So will ich das. Mach die fertig. Da, da steht eine Frau. Guckt mal. Wir sind hier doch nicht beim Wrestling. Hä? Natürlich. Wir sind immer beim Wrestling. Ja, den Dickie habe ich auch gesehen. Dickie. Hallo, Dickie. Warte, ich will... Ich will auch mit dir spielen. Seht ihr, wie unhöflich der ist? Manchmal verstehe ich die Steuerung mit. Nee, nee, nicht der Brinde. Oh Gott, ich habe Angst vor dem Brinden. Der macht nämlich Schaden. Oh Gott, ja, 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 wasser war auch, hm. Sir. Reinigungsmittel gehört. I know what you mean. Aber man weiß ja noch nicht, ob es toll ist, ne? Ähm, also zwei hintereinander in einer engen Gasse ist echt ein bisschen nervig. Jetzt reicht's ja. Ich hab keinen Bock mehr auf euch. Richtig. Ja, ist ein bisschen Schnodder-Bodder. Kombination aus Blei und Quecksilber. Bleisilber. Was war's nochmal? Ich hab voll nichts aufgenommen. Achso, nach unten ging's, okay. Hab ich Brunnen gereinigt? Ein Brunnen erledigt. Aber es dauert nicht lange, bis er wieder verderbt ist. Wir müssen zum anderen Brunnen. Ja, kein Thema. Ich umgehe sogar die Monster. Weil ich einfach so krass bin, okay? Schaut euch an, wie krass ich's bin. Ich ignoriere sogar Geister. Ich ignoriere euch alle. Aua, danke. Den einen Stupser hab ich gebraucht. Den kann ich nicht. Wie ist das? Ich stirb. Da sind wir ja schon da. Also, äh, wo ist der Brunnen? Und weiter. Hallo, Freunde. So, ich wollte das nur schneller klären, ne? Ich hab ein bisschen Zeitdruck. Sorry. Aua. Ah, ja, ja. Ah, oh, 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 oh. Hä, wo kommst du denn jetzt plötzlich her? Okay, keine Unterbrechung mehr. Einigen wir diesen Brunnen. Ich hab Geistermädchen gehört. Hier. Und was liegt da? Da liegt was zum Sammeln. Was ist das? Ja-Joy-Keramik. Urhalte Keramik aus der Yayoi-Zeit. Hier tut weh. Ja, wirklich. Urhalte Keramik aus der Yayoi-Zeit. Der erste Fund erfolgte bei archäologischen Grabungen im Jahr 1884 und sowohl die historische Epoche als auch die Keramik wurden nach dem Fundort benannt, dem Gebiet Yayoi in Tokio. Im Gegensatz zu älteren Exemplaren japanischer Keramik wurde die Yayoi-Keramik mit Werkzeugen aus Stahl und Holz hergestellt. Oh, ich hab nur noch 30 Sekunden. Ja, easy. Bin ja schon da. Achso, das musste ich in der Zeit auch noch machen. Hallo? Easy, gar kein Stress. Puh, wir haben's geschafft. So macht man das. Also das war jetzt sehr wohl... Also wirklich einfach, also das... Zeitdruck, Schmeiddruck. Also als, als Belohnung können wir doch eigentlich... Also erst mal speichern natürlich. Und dann mal so ganz kurz über die Dächer fliegen vielleicht. Und den, also... Ausblick genießen. Das ist viel zu viel Zeit noch, glaub ich, ich weiß. Tut mir leid. Was ist denn da? Für ne Party? Komme ich da irgendwie einfacher hin? Ich geh erst mal da hin, ne? Bisschen was nachgelesen. Ich fang generell solche Sachen mega cool. Es gibt einen Grund, warum ich, äh, Geschichte als Zweitfach hatte damals. Also, ähm, auf der Uni. Nur, ich hatte ja kein Latein, deswegen... War ich ja zu dumm dafür, nicht wahr? Oh. Dann zeig, was du kannst. Leute, ihr seid echt unfair. Sehr gut. Sehr gut. Wie komme ich da jetzt rüber? Da kommt man bestimmt hoch, ne? Ich versuch's trotzdem so. Uh. Bleibt einfach weg von mir. Belohnung, Savi. Gut. Komm, helfen wir doch mehr von denen. Ich find's so schade, dass man von Südkorea so wenige historische Dokus kriegt. Tödlicher Schatten. Woher kommt denn jetzt die Nebenquest schon wieder? Hatten wir die schon? Ah, ein Tanuki! Mir alles egal. Also, bei Tanukis hört der Spaß auf, ja? Euch hab ich gesehen, denn euch konnte ich da nicht einfach auf den Weg lassen. Das war ja traurig. Oh Gott. Ihr springt nicht! Warum springt der manchmal einfach nicht? Ähm, ich hänge. Ich hing, mein ich. Also, manchmal mach ich mir Sorgen um diese Klettermechanik. Ah, ja, ja. Ja, wenn die mich halt in Geschichte nicht haben wollen, nur weil ich keine Lateinertante bin. Okay, gut. Ich sprech halt lieber lebendige Sprachen und Google-Sachen, die ich nicht kenne, okay? Oder schlag sie nach. Muss ja nicht unbedingt über Google sein. Gibt ja mehrere Möglichkeiten, nicht wahr? Also, komm ich da hoch. Jetzt werde ich hier rüber gehen. Hallo. Hallo. Euch hab ich hier nicht erwartet, aber schön, euch kennenzulernen und zu sehen und so. Hallo. Ja, und jetzt nach da rüber. Das müsste ich hier. Ah, das geht nicht. Doch, es geht. Oh, Gott sei Dank. Na, da drüben sind doch auch noch welche. Ja, die müssen wir auch noch mitnehmen. Ich hatte echt gern mehr koreanische Dokus. Es ist immer nur Neukorea, Neukorea. Ja, es ist ein ausschlaggebender Punkt oder Teil der Geschichte, aber ich will halt die Dynastien. Dafür interessiere ich mich, okay? Für solche Sachen interessiere ich mich. Die will ich sehen. Aber gefühlt interessiert es einfach niemanden. Sonst hätten wir nämlich Dokus darüber. 15-Punkte-Geschichte, oder? Langweilig, euch mit meinen Geschichten etwa. Ja, Gottkaka, du Plexigamer. Double-Block, ey. So. Und dann machen wir natürlich jetzt sofort das Tanuki. Ihr wisst ja, weil es ich mir vornehme, setze ich auch immer sofort um. Ohne Umwege. Klingt wie ein Kapper. Ganz hier in der Nähe. Wie Kapper? Nee, Mann. Sie treiben sich gern in der Nähe von Wasser rum. Ähm, ich hab kein Problem mit Koreanisch. Also, ich würde mir koreanische Dokus auf Koreanisch angucken. Ähm. Weil ich das grobe Sprachgefühl hab und auch sehr viel darauf kann. Und ich weiß, wie ich mir helfe, wenn ich Sachen nicht verstehe. Deswegen würde ich das tatsächlich, äh, hätte ich damit kein Problem. Ähm. Stehst du das Kapper? Ja, gut. Hier ist kein Wasser außer von oben. Von hier sollten wir runterkommen. Was? Jetzt muss ich auch noch in den Kackerhaufen darunter. Es gibt eine Kanalisation. Also, ja, gibt es, aber, also, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass, dass wir eine Kanalisation in diesem Spiel sehen. Wir sind draußen. Wir haben tatsächlich sein Lager gefunden. Chat, wir bleiben hier. Wie sehe ich denn, was ist das gedacht? Chat, wir bleiben hier. Scheiße auf die Story. Leg eine Gurke auf den Sockel. Wir locken ihn an. Um Kacker geht es wieder nur um meine Gurke, ne? Ein Kapper. Ein Kapper. Zwei Kapper. Und warte, bis es frisst. Oh, warte mal. Ne, warte mal. Was haben die Kappe jetzt? Wir schlagen zu, wenn es abgelenkt ist. Also abwarten. Mit der Geistersicht werden seine Spuren sichtbar. Was haben wir heute noch einmal? Ich warte mal. Ein Kappador. Jetzt pack deine Griffel an die Gurke. Das ist so. Wie komme ich jetzt? Ich kann so nicht. Der sieht mich doch instant. Der schiebt mich doch. Schleichen wir uns leiser. Oh, das war knapp. Aber sind wir hier echt? Sind wir hier wirklich? Pass gut darauf auf. Existiert dieser Ort? Ich will hier raus. Nicht, ne? Wir müssen hier wieder raus. Können wir das nächste Mal wieder in der Kanalisation? Ich finde das eigentlich schön. Ich bin positiv überrascht. Wieso heißt die Quest eigentlich Riesen? Wer macht hier so viel Musik? Ihr nervt. Ich habe jetzt mal eine ganz einfache Frage. Murmeln. Oh Gott, da muss ich an Squid Game denken. Squid Game. Ich glaube, wir müssen morgen wieder WWE spielen. Wir haben lange nicht mehr Leuten auf die Nase gegeben. Also morgen spielen wir auf jeden Fall nicht Ghostwire. Drei von drei Streams finde ich ein bisschen zu viel. Aber zwei von drei oder zwei von vier muss sein. Schon wieder. Okay, okay. Ich helfe Wunscherle hat einen Schwanz. Seltsame Sachen bauen die Menschen. Ja, ja, gleich. Total, immer. So, bitte aufessen. Ich will jetzt Danke sagen. Ja, dann sag mal Danke. Dankeschön. Wenn wir doch hier schon... Ach, da oben. Da komme ich aber... Da komme ich so nicht hin. Manu. Wie komme ich denn da hoch? Warte, da drüben. Zeig Schwanzzelle. Bitte was? Das klingt irgendwie ganz komisch. Manchmal, ne? Da ist das Schwanzchen. Du warst eine ganz schön Dreckige. Da habt ihr mich erwischt. Hat mir solche Mühe gegeben, mit der Umgebung zu verschmelzen und so. Was hat mich verraten? Oh, weiß ich nicht. Das war einfach... Also... Ich kann mir nicht vorstellen, was sich verraten hat. Apropos verdammter Verdräter. Verdräter. Ähm... Das muss einfach Institution. Intuition gewesen sein. Institution, ey. So. Wo sind denn meine Murmeln? Boah, die können halt echt überall sein, ne? Weil die sind ja auch... Also... Wie soll ich denn Murmeln finden, Leute? Wie soll ich denn Murmeln finden? Das ist ein Witz, oder? In die Institution. Klar. Sag mal... Der kommt auf die Idee, mich Murmeln suchen zu lassen. Weißt du, Hund, es wäre echt netter gewesen, hättest du mir die Murmeln gezeigt. Weil den Tanuki hatten wir halt schon. Also, ich will jetzt nicht meckern oder so, aber... Also... Verstehst du schon, ne? Ein Murmeln. Das Essen. Wie soll man denn Murmeln finden? Jetzt mal... Also... Die Entwickler hassen Menschen. Was zur Hölle ist das? Murmeln. Murmeln. Kleine Glaskugeln. Durch Schnipsen versucht man, andere Murmel zu treffen. Kleine Glaskugeln. Durch Schnipsen versucht man, andere Murmeln zu treffen. Es gibt sie in vielen Farben und Mustern und manche Leute sammeln sie als Dekoration. In Japan wurden Murmeln aus Glas ab dem 19. Jahrhundert hergestellt und bis ins späte 20. Jahrhundert vor allem als Kinderspielzeug benutzt. Es gibt viele Spekulationen um den Ursprung des japanischen... Japanisch... Was? Das japanische Wort... Das japanische Wort... Für Murmel. Bidama. Allgemein geht man davon aus, dass es aus dem portugiesischen Wort für Glas basiert. Vidro. Dabei wird Bi, der phonetische Laut am Anfang von... Ach, Bidro. Klar, Bidro. Ähm, von Dama gestellt, dem japanischen Wort für Ball oder Kugel. Vielleicht kommt es auch von Bi 2 und so. Und es ist halt einmal durchsichtiges Glas und einmal bundes oder so. Vielleicht. Also, ich möchte jetzt also... Aber... Und so. So, dann gehen wir jetzt da hin. Ich spiele es ja noch oben drin. Hast einen Menschen, merkt man gar nicht bei den beliebten Straßen. Stimmt. Sprich dafür, ne? Das Brunnenwasser ist jetzt sicher. Danke. Jetzt haben meine Enkel immer frisches Brunnenwasser. Die existieren gar nicht. Außer, ich bin dein Enkel. Wie viel zu logisch. Entschuldigung. Du hast recht. Ich versuch's immer wieder mit Logik, aber du hast recht. Logik ist doof. Ich weiß, wer du das hast. Ich weiß. Ähm. Jo. Jojo. Dann machen wir den tödlichen Schatten natürlich. Klingt so lebensbejahend. Da muss ich auf jeden Fall hin. Und also ich finde schon, dass wir also... Wir sehen schon ein bisschen zu wenig Nebenzeug. Oder? Also ich finde schon... Es wäre halt echt schöner, wenn wir auch ein bisschen Nebenzeug machen würden, oder? Aus dem Weg! Hat das Spiel auch gewendet. Ich habe ja wirklich vor, nochmal Witcher 3 dann im Stream zu machen. Ihr werdet mich hassen. Ihr werdet mich absolut hassen. Ich werde Stunden mit Gwent verbringen. Ich liebe Gwent. Ich glaube, ich mag aber Gwent nur in dem Spiel. Also nicht jetzt das extra Gwent-Ding, sondern... Also... Ihr werdet mich hassen. Neben den Nebenquests. Ja, richtig. Neben den Nebenquests. Ich finde, wir powern die Nebenquests-Storyline zu schnell durch. Es kommt. Es lässt mich nicht in Ruhe. Was? Also, Entschuldigung. Geburtshelferin bin ich nicht. Was denn? Hallo? Was kommt? Was denn? Oh, warte mal. Ach so. Ufo wieder. Warte, darfst du noch essen? Was gibt's denn? Einen Spiegel vielleicht? Man sagt doch, jeder Mensch hätte zwei Doppelgänger. Das war kein Mensch. Angeblich stirbt man, wenn man sie trifft. Nervt mehr. Selbst im Jenseits lassen sie nicht von mir. Ich hab Angst. Deflon. Es hat mich gefunden. Nicht schon wieder. Moment, ich geh kurz ran. Mal sehen, was los ist. Kern rausziehen, Kinder rausziehen. Das ist auch das Gleiche. Wenn du das sagst. Da fehlt noch ein bisschen um dich zu halten. Tut mir leid, ich enttäusche nicht. Ich erinnere dich dran. Ich erinnere dich dran. Ich erinnere dich dran. Können schon. Wer seh'n uns bald? So typisch. Da kommt etwas. Wer seh'n uns bald? Nicht, wenn ich dich zuerst hab. Ich seh' nix. Es passiert hier. Ach so, ich dachte, wir sehen jetzt Schlammcatchen. Nutz meine Kraft, dann wirst du es sehen. Du kannst nicht entkommen. Ich mein, Schlamm haben wir. Ketzen jetzt nicht so. Hier ist es. Ähm, Madame, stehen Sie bitte schneller auf, danke. Ach, scheiße! Gebt nicht auf, so schlimm ist es nicht! So, jetzt weg damit und jetzt müssen wir ganz schnell nach da. Das habe ich gerade gesehen, ne? Ich finde es super cool, dass ich das machen kann. Oh, oh! Hey, warum hast du mich angegriffen? Ach so, das sind die Bälle. Warte mal, kann ich mit... Ich kann mit Wasser das Ding explodieren lassen. Okay. Klar. Komm, komm nachvollziehbar. Glaubwürdig drüber, meine ich. Ja, jetzt warte mal. Mann, die... Mann, aua! Aua, hallo, geht's noch? Woher kam das? Ach, der Shinra-Typ! Okay, wartet mal. Sag mal. Aua, wo kommst du denn jetzt her? Ja, ich wollte gerade essen. Danke. Hat sie mich gerade geheilt? Funktioniert das? Oh Gott, was machst du da? Gut gemacht. Das war knapp. Das war nicht gut gemacht. Kaka, lüge nicht. Das war echt nicht gut gemacht. Aber ist okay. Warte, hier bin ich. Auch ihr beherbergt meinesgleichen in euch. Geister, irgendwo, man das braucht. Richtig. Wollt ihr sie kennenlernen? Nein, danke, Lady. Diese Welt ist zu klein für zwei KKs. Moment, jetzt muss ich wieder... Zaubern muss ich wieder. Hallo, ihr rüber. Danke. Und runter. Hab ihn kaputt gemacht. Ist es vorbei? Ich muss nicht mehr fliehen? Nein. Sie wird dich nicht länger verfolgen. Ich bin frei. Falkoraktor? Ich stehe in eurer Schuld. Geld. Na ja, gut. Geister und Geld. 7500 Würstchen und 1000 Geister. Ist schon okay. Lassen wir durchgehen, glaube ich. Ähm... Können wir jetzt schon zu den Toritolen weiter? Okay, wir können... Okay, das Itan-Moment können wir mitnehmen. Itan-Moment oder so. Sagt er immer. Hallo. Hallo. Das ist das Itan-Moment. Da ist es. Ja, das muss ein Itan-Moment sein. Es hat uns nicht bemerkt. Komm, wir schleichen uns an. Jag ihm einfach hinterher, bis es stehen bleibt. Es hat sich wohl den Kopf gestoßen. Schnapst dir. Bin da. So. Können wir jetzt schon zu... Oh, was ist das? Die Yokai haben es dir wohl langsam auch angetan. Klar. So würde ich das nicht sagen. Hä, ich sammle alles, was man sammeln kann. Ich bin ein bisschen sammelwütig. Könnte man so sagen. Aber am liebsten sammle ich Geister. Ist das ein Beetschrein? Ja, Halliello. Jetzt nochmal dahin. Es macht immer nur die Kack-Windsache hoch. Möge er über uns wachen. Nein, ich will endlich Wind. Äh, ich will nicht mehr Wind, meine ich. Also, ich will endlich Feuer mehr. So, hier möchte ich gern hin. Das heißt, hier gehen wir hin. Und dann nach unten. Wie Messi. Kackajaktus. Wer weiß. Oh, ich hab da Geister vergessen. Diese Heldensache ist echt harte Arbeit. Gut, dass du ja keiner bist. Nur ich. Also. Da sind Geister da drüben. Hallo. Nehmen eure Qual. Keine Sorge. Ihr habt nur ne Krücke im... Unterleib. Das krieg ich locker gebacken. Keine Sorge. Das ist ja nicht das... Also, das gebe ich ja auch wieder ab. Ich rette ja alles. Oh Gott, hier sind überall Geister. Also, wirklich überall. Ich hab keine Zeit für Gegner. Sorry. Wir sind Geister. Was ist denn da? Ach, das Toritor sogar schon. Ja, dann. Dann müssen wir das ja machen. Wo denn? Ach, Slenderman. Dankeschön, Tor. Uh. Also, dich hab ich grad nicht gesehen, ne? Boxkampf. Also, bei mir ja. Oh, ne. Also, mit dem mach ich keinen Boxkampf. Oh. Ah. Ja. 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 Wieso glaube ich eigentlich, dass Kaka das auch zu den Gegnern sagen würde, wenn die mich gut treffen? Die Wucher-Tickets. Ein von Kaka verfasster Bericht über ein paar verschwundene Baseball-Fans. Er wird hier zusätzlich fertig. Kurze Punkte, bla bla. Und er ständig sagt, nein. In Shibuya gibt es keine Baseballspieler, Basketball würde ich grad sagen, Baseballspiele ohne Horden von in Mannschaftstrikots eingekleideten Fans, die durch die Straßen rennen. Wir fanden heraus, dass ein paar dieser Fans verschwanden und nicht als besagte Trikots hinterließen, also musste ich dem nachgehen. Dauerte nicht lange herauszufinden, dass die Verschwundenen ihre Tickets auf etwas weniger seriösen Weg erworben hatten. Sie gingen zu einem verabredeten Treffpunkt, um ihre Tickets zu holen und Puff waren einfach weg. Der nächste Schritt war es also, uns selbst solche Tickets auf diesem Weg zu besorgen. Um genau zu sein, war es ein Social Media Account, der jede Nacht um Punkt 2 Uhr online ging, um besagte Tickets zu verticken. In Tickets zu verticken. Wir lockten uns also ein und erklärten, dass wir Tickets wollten und wurden zu einer Unterführung bestellt. Zu jedem Zeitpunkt ahnte ich nicht, dass es etwas mit dem Nebel und den Besuchern oder überhaupt irgendwas Übernatürlichem zu tun hatte. Ich ging zum Treffpunkt, der nur spärlich beleuchtet und scheinbar verlassen war. Wie aus dem Nichts tauchte ein Typ mit Basecap auf und ich erkannte sofort, dass er kein Mensch sein konnte. Es lief genau, wie man es erwartet hätte. Er sagte, er akzeptiere kein Geld als Bezahlung für die Tickets und dass ich mit meinem Leben bezahlen müsste. Er rannte auf mich zu, aber ich machte ihm schnell klar, dass bei mir nichts zu holen war. Nachdem das erledigt war, forschten wir genauer nach. Wir fanden heraus, dass vor ein paar Jahren ein Spekulant an genau dieser Stelle von einem wütenden Kunden zu Tode geprügelt worden war. Die Verbitterung über das, was ihm zugestoßen war, hat ihn wohl zu einem Phantom gemacht. Wirklich traurig. Wenn ihr mich fragt, Baseball, Geld, all das Zeug, für nichts davon lohnt es sich zu sterben. Nicht mal ansatzweise. 75 Punkte? Okay, wir müssen hier mal langsam mal so ein bisschen cooler werden, ne? Also, noch schneller, halt dann noch schneller, ne? Und dann habe ich das noch. Das kostet dann 40. 40. Ähm, ich stehe es. Kerngriff-LP, 15 LP. Ich sage mal 5. Ja, wir machen mal Tempo hoch. Wow, als könnte ich es mit der ganzen Welt aufnehmen. Spärliche Blöcke stelle ich mir auch sehr spitz vor. Boah. Ähm. Was wollte ich eigentlich sagen? Ähm. So von wegen kein Geld akzeptieren, ne? Ja, man weiß ja, wie das lief. Äh, wie das läuft. Also gefühlt, also hätte ich da eine andere Story erwartet, bin ich ganz ehrlich so. Also, ja, Geld nehme ich nicht. Aber mit deinem Körper kannst du bezahlen. So, sowas hätte ich dir ja erwartet. Aber gut. Wenn mein Körper nicht schön genug ist. Komm. Nimm halt mein Leben. Wir reinigen den Schrein. Laserpointer an einem Sperrbring mehr als ein Taschenabend, bitte was? Das sollte den Nebel hier lichten. Das glaube ich, ist aber nicht gut. Weil dann hast du plötzlich tausend Katzen, die dann einfach das ganze Licht kaputt machen, weil halt, ne? Inkognito-Kette. Ja, die brauche ich auf jeden Fall. Also, da ich so sneaky bin, brauche ich die auf jeden Fall. Hallos, höher. Warte, was? Ich habe viele Miauser gewöhnt. Hier waren für euch. Ich möchte eigentlich nur den Pfeil, danke. Und Kibidango hätte ich gern, weil das... Sonst kriegen wir keine Uni mehr. Ohne Gurke hätte ich gern. Danke. Tschüss. War was Gutes dabei? Klar. Alles dafür war gut. Ähm. Die Kaka-Aufzeichnung haben wir. Es gab nichts Neues dadurch. Hä? Mini-Van-Modell hatten wir doch schon, oder? Ich hätte doch lieber die Zählung. Ja, gemein. Danke schon. Aber hatten wir den Mini-Van nicht schon? Ich hatte doch den schon ge... Hä? Das Spiel ist doch aber auch nicht abgeschmiert, oder? Wisst ihr, was das Schlimmste ist für meinen Rücken? Mische aufhängen. Nicht auf dem Boden rumkriechen und, ähm, Boden wischen. Nein, Wäsche aufhängen. Davon mache ich mir den Körper... Also, den Körper. Äh, den Rücken wirklich am Kaputesten. Ich weiß nicht, warum. Das tut dann so... So in der Mitte vom Rücken weh. So Schulterblätter unter. Da, wo der BH sitzt. Ganz schlimm. Dankeschön. Und jetzt... Hä, ist das ein Löffel? Habe ich gerade einen Löffel aus den Geistern gezogen? Ähm. Ne. Ne. Was suche ich? Ein Mini-Van. Waffensammler. Hallo. Waffensammler. Okay. Ja, Waffen haben wir schon ein bisschen. Talismanie. Erhalte alle Talismane. Habe ich? Okay. Alles kaufen. Kopfarbeiten tun oft nicht gut. So runterbücken und dann die Klamotten aus dem Ding holen. Das tut so weh. Ich weiß auch nicht, warum. Brille. Anzug. Wie viele Anzüge kriegen wir noch? Ich hätte lieber coole Sachen. Also irgendwas Lustiges. Achso, das sind die Sachen, die wir noch brauchen. Schwächungs-Talismane. Wo habe ich den jetzt? Schwächungs-Talismane erleichtern das Freilegen der Kerne von Besuchern in der Nähe. Habe ich das jetzt her? Wo ist der Kack-Minivan? Da. Ich seh ihn doch. Ich seh ihn doch. Was das wohl ist? Ein Maßstab getreutes Mutterlein des Minivillens. Hä? Hä? Seht ihr, ich kriege nicht mal einen Eintrag. Ist das ein Fehler? Haben die aus Versehen zweimal das gleiche reingepackt? Ich sammle auch zweimal das gleiche. Ich sammle auch dreimal das gleiche. Ich sammle gerne alles 500 Mal. Ist mir egal. Ich sammle alles. Warum sind wir jetzt hier? Kann Sashi? Da oben. Und alles in der Anja. Da oben. Nid ist unser Nikomata. Unser Verkäuferer. Also wir haben mehrere davon. Die sind nämlich cool. Ja? Wir haben viele Freunde. Auf dieser... Weiten... Leeren Welt. Ups. Aber alles was noch lebt ist unser Freund. Das ist auch nicht wenig. Blubbel, blubbel. Da drüben, ne? Okay. Am besten wäre es, wenn ich irgendwie da drauf käme. Ich weiß noch nicht wie. Oder da. Wo ist ein Kraka? Soll ich jetzt mal hier hin? Ich seh sie. Mann, ich seh die Geister. Hört auf mir die so weit an zu zeigen. Sonst komm ich hier nie weg. Ich flieg nicht. Warum flieg ich gerade nicht? Öh. Was macht die Frau da unten? Was macht die da? Was ist mir für den im Clash-Spiel? Kann ich mir vorstellen. Ich finde auch, also Ghostwire bietet einfach zu wenig Content. Oder? Also ich finde es einfach viel zu teuer dafür, dass wir gerade mal 26,5 Stunden spielen. Also ich finde, das hätte umsonst sein müssen. Oder? Was sagt ihr? Oh ja. Hallo? Von hinten oder was? So schlimm ist es nicht. Fünf Euro. Aber maximal. Also wirklich maximal, oder? Geld bezahlt bekommen müssen. Selbst dann wäre es noch zu teuer. Ja, ich verstehe halt, woher das kommt. Ja. Ich finde halt auch. Also ich finde es einfach wirklich gemein, dass Spieleentwickler mit ihrem Job was verdienen wollen. Finde ich also wirklich nicht fair.